So hallo Leute und herzlich Willkommen wieder mal beim Let's Play Minecraft du werst am Ende meint das Lp oder das sind auch genannt und mit mir den Kriegs Lp jrm wir spielen LpT am nächsten Abend weil wir wieder Lust haben und jetzt mittlerweile alles fertig gerendert haben ja auch der Speicherplatz haben geht zumindestens ich hab wieder 600 GB frei ich hab nur 900, naja 833 frei ja und ich hab hier mal das ganze Getreide was wir noch hatten einfach mal hier hin verlagert damit wir nicht immer nach Hause rennen müssen beziehungsweise in das Kaff in das Kaff bloß im Kaff ey ups so jetzt erstmal ganz ne Kuh lol ganz schnell was zu essen machen ich hab ne ey ich hör hier überall Kuh geilo das ist gut wir brauchen wir brauchen Leder um Bücher zu machen und dann können wir uns in der Uncharted Table machen Leder um Bücher zu machen? ja da braucht man Seite 1.3 äh Seite 1.3.1 da braucht man 3 Papier und 1 Leder lol ich mir zwei Kühe mit oh man jetzt steht hier ein Baum im Weg die ist auch im Weg gleich doch Entschuldigung ja 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 Entschuldigung ja 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 boah diese scheiß Bäume stehen ja über den Weg übrigens wenn du noch Hunger hast ne ich hab noch 6 Brote cool und ich hab noch ähm 2 Äpfel und die ich hab die 12 Fische einfach mal gebraten ne da hast du bisschen Brot hast du aufgenommen? äh nö da hast du 2 und 4 behalte ich noch ja erst mal essen dass ich regeneriere ach komm ey dann jetzt äh noch einen gebratenen Fisch hinterher so jetzt hab ich wieder volles Essen ähm Kühe kommt mit also wie war das hier war die Decke ein zu tief äh ein zu ne ein zu tief im Keller ein zu tief weil äh ich wollt ja immer 2 Kisten äh machen in der Höhe also du meinst ich muss noch einen höher bauen oder was? ja du musst die Wand nochmal einreißen und dem äh alles einblock du scheiß Kuh jetzt komm mit hier du musst nur die Decke nochmal einreißen ja die Decke einreißen und äh einen höher setzen ach das ist jetzt ja nun ach leck mich doch Kuh ich hab keinen Bock mehr auf euch ach ja und ich hab mir überlegt ähm die Diamantspitzhacke die benutze ich jetzt ja erstmal nicht ich mach mir ne Eisenspitzhacke äh ich ich wollte nämlich äh warten bis ähm der Beta Enchanting ähm geupdatet ist weil dann geht der ja auch wieder auf den Server und dann wollte ich äh reparieren ja okay das ist schlau so ähm da sind Sticks voll so gut ähm brauchst du auch nochmal ne neue Spitzhacke? ja kannst gleich zwei machen mach ich auch immer ähm haben wir hier überhaupt noch was im Ofen? nein aber ganz die Kohle da können wir noch was ja ich hab alles aus den Öfen rausgeholt und zu Stein verarbeitet warte mal Moment ähm da da reißen wir hier gleich mal einmal alles ein hier die ganze Decke und so ja alles ein hoch alles mit den Kisten passt doch nicht Fail wir haben echt nicht mitgezählt kann das sein? nö ich glaube nicht Dummheit einfach nur Dummheit ey pure Blödheit ja ich baue mal in die Richtung weiter ab dann kommen wir uns nicht in die Quere du hast gerade gehakt was hast du gesagt? sag nochmal bitte ich baue in die Richtung weiter dann kommen wir uns nicht in die Quere okay aber du hast gerade angefangen ja du gerade auch ich konnte dich nicht verstehen hallo Justin? ja jetzt sagst du nicht mehr geh ich immer noch? nee aber eben hast du nichts mehr gesagt jetzt sag ich was? du bist immer abgeschnitten ich wieder was alter Moment mal kurz alter was ist denn jetzt los Junge das brauchst du mich nicht fragen ähm so jetzt müsste es ein bisschen besser gehen naja springt immer noch ein bisschen ich habe dich gerade nur ein bisschen lauter gemacht du bist bei mir irgendwie immer voll leise ja das könnte vielleicht sein ich habe dich jetzt einfach mal ein bisschen lauter gepegelt mal gucken ähm ob es gleich noch wieder hakt sonst müssen wir wahrscheinlich zu Skype wechseln ja vielleicht ja vielleicht oder wir gehen auf mein TS oder das könnten wir eigentlich auch tun du hast doch Hamachi oder? nö ja dann schicke ich dir halt meine IP geht auch guck guck so ich bin fertig ah ich bin auch fertig so wenn du hier irgendwer dich wärst ja 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 nerv mich nicht ja 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 Mama naja du mich auch ach ja 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 du mich auch ne facepalm hm wir sind gerade schon wieder so ruhig wieso ja das weiß ich auch nicht wieso sagst du nicht mehr so viel Jass das geht gar nicht ja aber du ne ja ich weiß das war jetzt auch sattisch gemeint ja ja das war das war ja ja hätte ich jetzt auch gesagt bist du zum Mädchen gerade geworden ja war klar war klar ja 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 alter meine Stimme versagt Jass Stimme ist edited Jass Stimme versagt bitte rufen sie den Support an wenn sie weitere Informationen erhalten möchten ja 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 gerade spacket 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 mein Minecraft ein ganz bisschen ein ganz bisschen gerade ein paar Freimer Einbrüche hatte ich aber gerade auch habe ich jetzt auch gerade wieder jetzt bin ich nur noch auf 54 FPS ja da kriege ich auch gerade rum jetzt bei irgendwie lädt der Chunk gerade die ganze Zeit neu weil es springt jetzt ist es gesprungen von 90 auf 40 das macht es gerade die ganze Zeit also die Lacks wird man wahrscheinlich in der im wow man alter das ist so verwirrend immer nach oben zu gucken ich bin nicht mal klar gekommen eben im gerendert nicht mehr sehen da ich nur mit 30 FPS rendere weil wegen keine Ahnung weil ich zu vorhin bin das immer einzustellen und dann vergesse ich das und dann ja ist ja Latte ja mein Renderprogramm ist abgeschmiert einfach mal so weiß ich auch nicht jetzt geht es nicht mal richtig zu starten kommt immer Programm funktioniert nicht mehr jetzt habe ich einfach mal Support angeschrieben und ich warte auf eine E-Mail wirst du mir zurückschreiben also ich benutze also ich habe heute mein Renderprogramm nochmal neu installiert weil es mir einfach irgendwie in letzter Zeit viel zu lang zum Render braucht ist immer noch nicht besser geworden ich weiß nicht glaube ich auch bald ein neues Programm ja du hast ja auch so ein altes noch ja ein etwas älteres schon also deswegen ist es ist nicht das neueste und ja ja ich habe ein neueres ich okay ich hab sie auch gerade erst gekauft gerade ja ja wow ey vor einem Monat vor zwei Monaten ist er nicht alt ja da da wusstest du aber auch noch nicht dass dein PC nicht mehr geht oh und hast dafür Geld rausgekloppt ne ja und ja was hätte ich dir machen sollen Camtasia hat da nicht mehr gerendert ja okay stimmt so eigentlich nicht das würde ich auch gerne wissen jetzt geht's wieder ja ist doch ist doch ein gutes Renderprogramm einfach der beste Renderprogramm der Welt mhm mhm ey wir müssen unsere Betten mal hierher und warte mal ich hole mal unsere Betten hierher okay ja tu das ich mach hier hinter nochmal alles richtig da 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 oh mein Gott was ey alter wie wir dir hast du da bitte reingequetscht in das Geek bitte verarschen ich hab keine Tiere reingequetscht ich hab die immer nur vermehrt alter ey die armen Tiere das sind Tierquälerei Junge das ist Minecraft da darf ich das ja du hast ne Macca hast du ja was meinst du warum wir nur noch so wenig Getreide hatten ja ist richtig hab die immer nur noch vermehrt ja genau alter das sieht aus als als wären die irgendwie da irgendwie zusammengewachsen ja ist halt Massentierhaltung ja Massentierhaltung ey alter richtige fucking Tierquälerei ich erweitere gleich erstmal das Geek ey willst du mich verarschen ey nein man dann hauen die doch alle achso ja du erweitert machst alles zu und dann haust du alles weg ja dann haue ich einfach das raus du hast aber eigentlich da gar nicht erweitern ich dachte wir wollten ähm hier dann nochmal was bauen wir siedeln die um einfach ja das war hier in der Nähe bauen wir müssen dann auch unsere ganzen Kisten wieder rüber schleppen nein wir lassen da auch Kisten das Gebäude bleibt ja noch da ja ich mein ich mein äh die egal den meisten Inhalt der Kisten steppen wir rüber ins andere Haus ja nur die wichtigsten Sachen ja den Rest können wir ja da lassen guck mal Holz und alles können wir da lassen was zur fucking Hölle wollte ich ach genau ich wollte das holen weil Holzbau äh kriegen wir überall das brauchen wir aus der Kisten nicht mitnehmen oh hopse da ja gut so ich komm dann jetzt mal wieder ja tu das ach genau hier wollte ich ja nochmal ändern 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 ey weißt du was ich schon überlegt hab ob wir nach jeden hupsala äh nach jeden 15 Minuten einfach mal einmal beenden und dann halt die Folge neu anfangen aber das war richtig scheißen viel Arbeit dann hab ich mir gedacht man kann besser zusammenschneiden mhm da steckt ein Zombie äh halb im Boden fest du kannst du kannst es ja mittlerweile auch das schnippeln ja was anfangs als schwer galt bei Justin ist jetzt ganz einfach alter ich hab voll die Frame-Einbrüche ich bin jetzt nur noch bei 39 ich hab grad wieder konstant 50 ich bin jetzt nur wieder bei äh 45 warum auch immer ich so wenig habe ja ich nehm ich hab nur 50 eingestellt weil es sonst ab und an auch mal Frame-Einbrüche gibt cool ich nehme immer 60 auf ja kann ich im Singleplayer auch aber auf Servern immer nie Servern kann ich nicht mit 60 aufnehmen wieso auch immer könnte bei mir auch daran liegen dass ich grad noch die ähm hohe Frips Datei von äh aufnahme von gestern mit 335 Gigabyte oder irgendwie so äh auf eine andere Festplatte verschiebe gleichzeitig das dauert noch eine Stunde du schiebst grad die auf irgendeine andere Festplatte während der Aufnahme ja sorry ich hab schon eine halbe Stunde davor gestartet ach meine Fresse Justin ja es geht doch äh was wollte ich genau kisten wollte ich ganz viel machen ja also bei mir dauert das Rändern halt jetzt irgendwie wieder ein bisschen länger und deswegen habe ich jetzt extra Gott hab ich mich jetzt erschreckt was war denn los? Külper ist explodiert na toll ey wo? ja wo hier? nicht beim Haus kommst davor na toll ey naja ist dann jetzt auch Latte ähm so die Betten hab ich hier so ok wo stell ich denn mal am besten die Betten hin? keine Ahnung ja ich auch nicht ich würd einfach mal sagen äh wir wollten ja noch Hör bauen und das Schlafzimmer auch mal oben aber stell erstmal da hinten in die Ecke rein damit wir jetzt erstmal die übernächte schon mal pennen können ähm dann stell ich das jetzt einfach mal so hin so mein Joss LP und Freaks LP gut ne warte das sieht scheiße aus einmal nochmal abkloppen und Freaks LP ne warte das sieht scheiße aus jetzt